Charles Bukowski, schwer ohne Musik. Labby wurde von seiner Vermieterin im Flur angehalten, als er von der Straße reinkam. Es ist jemand oben in ihrem Zimmer. Die haben ihr Inserat wegen des Plattenspielers unter Platten gesehen. Ich dachte, ich kann sie ruhig hochlassen. Wir haben uns eine ganze Weile unterhalten und außerdem... Schon okay. Er ging an ihr vorbei. Sie fasste ihn am Ellenbogen. Labby! Ja? Er drehte sich um. Es sind Nonnen. Er schwieg. Alles in Ordnung, Labby? Klar. Wirklich? Es sind Ordensschwestern, Labby. Wäre nicht schlecht, wenn es keine wären. Er ging die Treppe rauf, dann zur Toilette auf dem Flur. Er schloss die Tür und sah in den Spiegel. Er trank ein Glas Wasser. Dann steckte er sich eine Zigarette an und rauchte in schnellen, tiefen Zügen. Der Rauch stieg zur Decke hoch und an der Zigarette bildete sich ein dünner, fester Aschestrank. Er nahm einen letzten Zug, ging zum Klo und warf die Kippe rein. Noch einmal schaute er in den Spiegel. Die Tür zu seinem Zimmer stand offen und er trat ein. Die eine Nonne saß auf dem Stuhl, die andere ging gerade mit einer Platte in der Hand zum Plattenspieler. Die auf dem Stuhl seien zuerst. Die sind ja wunderschön. Labby ging zum Sessel rüber und setzte sich. Vom Fenster aus konnte er die Bäume und den Garten sehen. Ob es stimmte, was Paul erzählt hatte, dass sie sich die Köpfe rasierten? Die Nonne, die die Schallplatte in der Hand hielt, legte sie neben den Apparat und wandte sich Labby zu. Legen Sie ruhig auf, sagte er. Hören Sie sich an, so viel Sie wollen. Ach, die sind doch alle gut, sagte die Nonne auf dem Stuhl. Schwester Celia kennt sich aus, sagte die Stehende. Die auf dem Stuhl lächelte. Ihre Zähne waren strahlend weiß. Sie haben einen sehr guten Geschmack. Fast alles von Beethoven, Brahms, Bach. Ja, sagte Larry. Ja, danke. Er wandte sich an die andere Nonne. Nehmen Sie doch Platz, meinte er, aber sie rührte sich nicht. Auf der Stirn, den Handflächen und in der Halsbeuge brach ihm der Schweiß aus. Er wischte sich die Hände an den Knien ab. Wieso hatte er das Gefühl, er sei im Begriff was Furchtbares zu tun? Wie schwarz sie angezogen waren und dann das Weiß. Was für ein Kontrast. Und die Gesichter. Am liebsten, sagte er, höre ich Beethovens Neunte. Das stimmte nicht, er hatte keine Lieblinge. Ich würde die Platten gern im Unterricht verwenden, sagte Schwester Celia, die Sitzende. Ohne Musik ist es so schwer. Ja, sagte Larry. Für uns alle. Es klang sehr dramatisch. Er hatte das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Es war Hochsommer, die Augen fielen ihm zu. Er hatte einen trockenen Hals, ein dünner Luftzug strich ihm kurz über die Stirn. Er dachte an Krankenhäuser und an Desinfektionsmittel. Es ist eine Schande, sie zu verkaufen. Naja, für sie, sagte Schwester Celia. Sie war offensichtlich die Käuferin, dachte er. Die andere war nur dabei. Larry wartete einen Augenblick, bevor er antwortete. Ich muss umziehen in eine andere Stadt. Dabei würden sie nur kaputt gehen. Die wären sicher toll für meinen Unterricht. Für die älteren Mädchen. Die älteren Mädchen, sagte Larry. Dann schlug er die Augen auf und schaute direkt in das glatte Gesicht von Schwester Celia, in die hellen Nonnenaugen. Das ist vernünftig, sagte er. Sehr vernünftig. Seine Stimme war hart und metallisch geworden. Auch in den Beinen brach ihm der Schweiß aus. Und der Hosenstoff stach ihm in die Beine. Seine Hände fuhren über die Knie. Er senkte den Blick. Dann sah er wieder Schwester Celia an. Die andere Nonne schien weit weg zu sein, als hingen sie dort in der Luft. Dann legte er los. In der modernen Grundschule hält man es aus zumindest mir unerfindlichen Gründen für angebracht, schon achtjährigen Beethoven nahezubringen. Sind Komponisten Menschen? Hat mal jemand gefragt. Nun, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Töne, die in der dritten Klasse aus dem Grammophon meiner Lehrerin kamen, für mich keine menschlichen Töne waren. Nichts, was mit dem wirklichen Leben, dem Alltag, dem Meer oder dem Baseballstadion in irgendeiner Beziehung stand. Und die Lehrerin mit ihrer ätherisch-grüblerischen, unterhabenen, randlosen Brille, ihrer weißen Perücke und ihrer Symphonie Nummer 5 hatte mit der Realität so wenig zu tun wie der übrige Kram. Mozart, Chopin, Händel. Die anderen lernten, was es mit den geschwänzten und ungeschwänzten Pünktchen auf sich hatte, die die Kreideleitern an der Tafel rauf und runter kletterten. Ich aber zog mich aus Furcht und Abscheu nach Schildkrötenart in den dunklen Panzer meines Innern zurück. Und wenn ich heute die Noten zu meinen Plattenalben sehe, ist es immer noch dunkel. Ha, 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 ha. Er lachte. Plötzlich kam er sich alt und weise vor. Er wartete darauf, dass die Nonnen was sagten, aber sie sagten nichts. Auf gute Musik kam ich, ohne es zu merken. Ich weiß nicht wie. Auf einmal war sie da. Und ich als junger Mann in San Francisco opferte jeden Cent, um den hungrigen Bauch des manns hohen hölzernen Grammophons meiner Vermieterin mit Sinfonien zu füttern. Ich glaube, das war für mich die beste Zeit überhaupt. So jung noch und die Golden Gate Bridge draußen vorm Fenster. Fast jeden Tag entdeckte ich eine neue Sinfonie. Ich suchte mir die Platten praktisch auf gut Glück aus, weil ich zu nervös und verspannt war, um sie in den Glaskabinen der irgendwie sterilen Musikläden richtig mitzubekommen. Ich habe festgestellt, dass man ein Stück, das ein paar Mal leer und kalt an einem vorbeigerieselt ist, es kommt vor, dass sich ein Stück erst später ganz dem Zuhörer erschließt. Das ist wahr, sagte Schwester Celia. Man hört alles so nebenbei mit einem Ohr, alles landet auf dem trägen Flimmer, in dem man sich eingelullt hat. Etwas schlüpft aber durch und dann dringt und schlängelt und singt und tanzt die Melodie mitten ins Hirn. Die ganze Kraft der Variationen, die gegeneinander gesetzten Töne entfaltet sich und erfüllt leicht und unbeschreiblich das Bewusstsein. Es ist ein Gefühl, als ob unzählige kleine Bienen aus Stahl in immer schönerer und intelligenterer Ordnung umeinander schwirren. Mit einer unvermittelten Bewegung oder bemühtem Zuhören macht man es oft kaputt. Und nach einiger Zeit begreift man das. Man lernt, Musik nicht kaputt zu machen. Aber genau das tue ich ja jetzt, oder? Die Nonnen antworteten nicht. Die Stehende bewegte sich ein wenig. Oder? Wiederholte Larry. Wie viel möchten Sie dafür? Was verlangen Sie? Fragte Schwester Celia. Er sah aus dem Fenster. Jetzt war er angewidert. Es war schon wieder Jazz und Orangenzeit. Arschwackelzeit. Er hatte zu lange gewartet. Draußen sah eine Frau einen Bettlaken aufhängen. Im Inserat, sagte er ruhig mit fester Stimme, stand 40 Dollar. Ein Kreis aus Stille bildete sich. Die Frau war mit ihrem Bettlaken fertig. In der Pension polterte jemand die Treppe rauf. Aber egal. Er sah Schwester Celia an und lächelte. Ich nehme 35. Sie fuhren mit dem Taxi weg, nachdem er die Sachen runtergebracht und zwischen ihnen auf dem Rücksitz verstaut hatte. Sie hatten ein schlechtes Gewissen wegen des Taxis, meinten aber, es ging nicht anders. Er gab ihnen recht. Sie hatten auch wegen der 35 Dollar ein schlechtes Gewissen, aber davon sagten sie nichts. Larry begegnete der Wirtin, als er wieder ins Haus kam. Das ist eine gute Sache, meinte sie. Was denn? Für die Schule, die Mädchen. Ja, klar, sagte er. Ich habe kein Problem damit. Er ging die Treppe rauf in sein Zimmer. Er setzte sich auf die Bettkante und zog seine Brieftasche raus. Er strich mit den Fingern an den Scheinen entlang. Dann nahm er sie und legte sie nebeneinander aufs Bett. Die Scheine waren weder alt noch neu, so dazwischen. Es waren drei Zehner und ein Fünfer. Und es kam ihm sehr wenig vor. Er ist ein Fingern. Untertitelung des ZDF, 2020